Wir sind zurück und letztens haben wir ein bisschen was zu trinken gemacht und jetzt müssen wir mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Kohle wahrscheinlich, um andere Sachen zu machen. Ja, gut, ja, da war kein Update gewesen, kann ich noch sagen. Die 8.1 ist es, die es gibt und wir brauchen jetzt, wie gesagt, Kohle. Und da gucken wir erstmal hier rein, wir trinken haben wir jetzt hier. Eins haben wir noch, 99 haben wir da unten, das reicht. Hier haben wir noch Bio-Paste, die können wir noch essen, die Bio-Klamotte können wir da rüber tun. Dann können wir noch ein bisschen was da anstoßen, okay, das war zu viel. Vier Stück oder wie wir das sind, können wir dann machen. Erstens haben wir da einen noch. Dann gehen wir auf die anderen Seite vom Generator und gucken, was wir da im 3D-Drucker machen können. Okay, da können wir natürlich nichts sehen, weil wir keinen Strom drauf haben. Hm, da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie so ein, ja, Switchboard, heißt es auf Englisch, wie heißt es denn jetzt auf Deutsch, ein Schaltkasten hätte ich jetzt beinahe gesagt, da oben, Schalttafel nennt sich das. Okay, und die brauchen mal einen Rahmen, eine Panzerung und ein elektronisches Teil. Okay, okay, die müssen wir haben und was gucken wir mal gerade hier rein, was wir dafür brauchen. Rahmen, brauchen wir Kohle, ist klar. Und Eisen und die Panzerung, das gleiche in grün. Und elektronische Teile brauchen wir, Silizium und Kohle. Also Kohle brauchen wir als nächstes. So, die gibt es ja irgendwie hier wohl noch auf der Oberfläche, da müssen wir mal gucken, wo wir die wegholen, ne. Irgendwie so ein bisschen hier rum abbauen. Kobalt gibt es da, es gibt alles, nur keine Kohle, ne. Da ist ein Riss in der Optik. Jetzt ist er weg. Und, ja. Bauen wir das mal ab. Buschner weg hier. Batterie wieder leer, wie immer, ne. Nix tolles. Bananenbaum, oder was ist das? Den fällen wir erstmal. Und dann bauen wir das weiter ab. Weg ist er. Oh, wer ist das? Irgend so ein Tier, aber keine Ahnung, was für eins tut uns nix, oder? Nein, der bringt uns wohl nicht um. Gut, dann. Nächsten Baum. Da haben wir ihn. Und weg ist er. Ist er jetzt gestorben? Unter dem Baum irgendwie drunter gekommen? Ne, ne, oder? Wo ist er denn? Weg. Ah, da unten ist er. Gut. Gut, okay. Ja, wir gucken noch zu, dass wir Kohle kriegen. Da war eine. Aber ein bisschen knapp mit einer, ne. Ja, ist irgendwie doof hier. Batterie ist wieder leer. Taucht wieder nicht. Kannst du wieder vergessen. Hm. Das ist schon nervig mit der Batterie, ne. Wollt hier überall ein bisschen abgrasen. Und hoffen, dass da irgendwann mal Kohle bei ist, ne. Was ja total schlecht läuft. Du kriegst Aluminium, Kobalt und für alles Silber, was du nicht brauchst. Aluminium brauchen wir nicht. Ach man, ey. Gut. Schön Batterie aufladen. Der Baum steht im Wasser. Zack, da kippt er um. Und alles weg. Zerschossen. Und wenn ich noch dran kaputt gehe, ne. Haben wir es. Sonne geht auf. Wird hell. Ja. Was gibt dieser Berg her? Auch nicht wirklich was, ne. Und wieder Batterie leer. Kommt auch nichts raus, groß. Kann mal so knicken, ne. Wieder Batterie leer. Hier, der Boden hat Gras. Aber, ne, gibt es auch keine Kohle. Das brauchen wir alle nicht. Voll doof. Was ist das? Da sind Tiere. Was ist das für ein Ding? Was kriegen wir da raus? Kommt einer? Nö, ne. Okay. Waren die doch nicht erbaut drüber? Gehörte denen das? Aber die greifen uns nicht an, ne. Oder? Nö. Was haben wir denn hier? Krüchte. Samen. Oh. Können wir aber nicht mitnehmen, ne. Weil wir keinen Platz haben. Tja. Dann gucken wir mal ins Inventar. Dann kriegen wir Biopaste. Die können wir erstmal essen. Und für Biomasse haben wir natürlich reichlich, ne. Was machen wir mal? Das aufessen auf jeden Fall. Und. Das rohes Fleisch. Dann nochmal ein Stück weg. So. Dann können wir es aufheben von den zwei Sachen. Und dann. Nehmen wir die Früchte. Oder nehmen wir die Samen. Da ist einer mehr. Dann nehmen wir erstmal die. Da müssen wir mit E drücken. So. Dann haben wir. Die Kiste ist so. Groß. Ah. Das sind zwei. Okay. Der. Ist da. Samen und Kräuter. Okay. Der. Schreit hier rum. Der ist irgendwie nicht so ganz so glücklich, oder? Okay. Da ist noch einer. Macht der auch was? Ne. Gut. Okay. Da ist er. Was will der von uns? Komisches Vieh. Wo ist vorne? Wo ist hinten? Links ist vorne. Ne? Man macht hier einen lauten. Das war so ein zuhause. Das haben wir wahrscheinlich kaputt gemacht. Und jetzt ist er am meckern. Wo ist er denn jetzt? Naja. Wenn wir weggehen. Dann werden wir diese Sachen hier verlieren. Das bringt also auch nichts. Das heißt. Wir müssen irgendwas anderes wegschmeißen. Also die Biomasse haben wir ja reichlich. Da schmeißen wir den zweiten Stack von weg. Gut. Und dann nehmen wir. Was für mit. Nehmen wir die Kräuter. Oder die Samen. Nehmen wir die Kräuter mit. Und dann haben wir jetzt noch die. Schmeißen wir da raus. Ich glaube das Silber. Schmeißen wir da raus. Ja. Haben wir genug. Brauchen wir nicht. Zack. Weg. Und dann heben wir die Samen auf. Gut. Jetzt ist er dran. Der macht mir zu viel Krach. Oh. Okay. Aber den sollten wir ja wohl kaputt machen. Ne? Oder? Komm schon. Oh. Und jetzt hat er uns erwischt. Und weht ja die Batterie leer. Und jetzt kriegen wir einen auf den Nuss oder was. Komm. Wir müssen abhauen. Und. Oh. Ich glaube das war es dann wohl. Oder? Jetzt sind wir gestorben. Ja. Schade. Ja. Das ist der. Ende von Planet Nomads. Gut. Das machen wir. Wir wollten zu viel. Deswegen sind wir jetzt kaputt. Und dann haben wir verloren. Gut. Okay. Ja. Jetzt ist dann die Überlegung. Was machen wir? Auf jeden Fall ist jetzt erstmal hier Ende. Und schreibt mir mal bitte in den Kommentaren rein. Ob ihr noch eine weitere Session haben wollt oder nicht. Und ja. Da müssen wir gucken. Und okay. Dann danke fürs Zuschauen. Und ja. Wir sehen uns in den anderen Projekten. Bis dann. Tschüss.